Also wir haben heute über das Spannungsfeld gesprochen zwischen den Funktionen, die man kennt von einzelnen Apps und den Funktionen, die wir nachher in einem komplett integrierten KNX-Haus umsetzen können. Und wir haben festgestellt, es gibt leider Diskrepanzen zwischen diesen beiden Sichtweisen, weil unsere Sichtweise mit Profitechnologie nicht unbedingt dem entspricht, was der Kunde hat an Vorerfahrungen, der halt schon seine Sonos-App und seine Philips Hue-App kennt. Genau, die Zielsetzung ist natürlich auch ganz klar anders. Wenn ich nur eine App herstelle und muss nur meinen Kunden für meinen kleinen Bereich zufriedenstellen, dann kann ich sehr schnell schöne neue Features ausrollen. Wenn ich aber alle Bereiche von Zutrittskontrolle, Lichtsteuerung, whatever, überstreichen muss, dann wird es schnell schwierig. Warum das so ist, da gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer rein. Also lass uns starten. Los geht's! Okay, Philipp, was darfst du dir heute ein Thema wünschen? Hast du dir also überlegt? Ich muss mir nichts überlegen. Ich muss nur einfach die Schleuse aufmachen und rauslassen, was bei mir alles... Hast du was Spannendes erlebt, über das du reden möchtest? Ja, es waren eigentlich mehrere Puzzlestücke. Wie so oft ist das ja so, dass in der Vielzahl von Eindrücken über die Woche mein Hirn irgendwann so eine Überschrift findet und ich dann rausfinde, im Moment, da gibt es einen gewissen Zusammenhang zwischen ein paar Sachen, die gerade laufen oder die passiert sind. Und darüber würde ich heute gerne sprechen. Und zwar ist es so, dass wir uns die ganze Zeit in dem Spannungsfeld eben bewegen zwischen dem, was unsere Kunden aus ihrem Alltag schon kennen und aus ihrer Umgebung kennen an Technologie und dem, was Profis verbauen. Da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Perspektive eben auf die Sache und da gibt es manchmal ein paar lustige Stilblüten und da würde ich gerne heute ein bisschen drüber plaudern. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, worauf du hinaus willst. Wenn ich es richtig verstehe, geht es dir darum, dass jemand sagt, ich komme hier mit meiner Philips Hue App um die Ecke oder mit meiner Sonos App und die kann ja schon mega, mega, mega viel, weil das ist das, was ich halt kenne. Ich will nicht sagen aus dem Baumarkt, aber das, was ich so als Konsumertechnik kenne. Und damit geht ja sehr viel. Und dann kommen wir mit, in Anführungszeichen, teurer, aufwendiger KNX-Technik, die den Profi-Integrator hinten dran braucht und machen es halb so gut am Ende des Tages. Genau. Das ist ja so das, was rauskommt. Das ist genau das Spannungsfeld. Und es gibt, wie immer im Leben, Vor- und Nachteile und man muss das abwägen. Und das Wichtige ist eigentlich nur, dass alle Beteiligten verstehen, was die Zielsetzung ist. Naja, aus Nutzer-Sicht ist die Zielsetzung erstmal. Ich will eigentlich das, was der Profi umsetzt, sollte mindestens genauso gut sein, wie das, was ich mir selber schon zusammen gefrickelt habe oder gebastelt habe oder was ich schon kenne aus meinem rudimentären, laienhaften Smart-Home-Alltag. Das will ich natürlich, wenn der Profis macht, mindestens genauso gut haben. Sind wir noch im Intro oder geht es schon los? Also der Einstieg ist ja oft so, dass die Person, die auf uns zukommt, ja technisches Interesse hat und sich natürlich auch schon, bevor sie von einem eingeweihten, zertifizierten Integrator-Profi irgendwas hört, natürlich auch schon Gedanken gemacht hat und auch meistens Lösungen schon gesucht und gefunden hat. Ne, auch Erfahrungen einfach schon hat mit Technik. Ich würde mal sagen, so ist es ja in aller Regel. Ich komme ja nur zu uns, wenn ich da irgendwie affin bin für Technologie und dann habe ich sicherlich schon irgendwas zu Hause. Sei es ein Shelly, sei es eine Philips Hue, sei es ein Nuki-Türschloss, irgendwas. Also irgendwas kenne ich ja schon. Genau. Und dann ist halt die Frage, wenn ich jetzt eine Kernsanierung mache, wenn ich einen Neubau mache, was ist denn der richtige Weg für mich? Das kann ja auch unterschiedlich sein. Also da kann es ja auch sein, dass der richtige Weg eben ist, ich mache eine normale 230 Volt Installation mit vielleicht ein bisschen mehr Steckdosen als der Nachbar hat und in die Steckdosen stecke ich dann meine Technik, die ich von früher noch habe, mit irgendwelchen Funksteckdosen oder Dimmer oder sonst was rein oder meine Philips Hue Leuchte und kann die dann mit meiner App bedienen. Vielleicht habe ich auch schon irgendwas Übergeordnetes wie Home Assistant oder andere, die es da draußen gibt, irgendeine Open Source Steueroberfläche, die vielleicht sogar meinen Fernseher noch mitbedienen kann und komme eben damit sehr gut klar, bin aber auf der anderen Seite immer verantwortlich dafür, dass das System läuft. Also da kann ich halt nicht sagen, ich bin im Urlaub, meine Frau oder bin auf Dienstreise, Urlaub meistens zusammen, bin auf Dienstreise, meine Frau sitzt zu Hause, kriegt die Lampe nicht mehr an, dann kann die keinen Elektriker anrufen, weil der auf gar keinen Fall mehr durchsteigt, was ich da mit Shelly, Dimmer und Home Assistant auf dem Philips Hue Taster zusammen verknüpft habe, damit das mit Siri irgendwas tut. Also da stecken zwei Sachen drin. Das eine ist, dass die Kunden, die wir im Erstgespräch haben, ganz oft sagen, ja, ich habe Vorerfahrungen mit, was auch immer für Technologie, aber ich habe Schmerz mit dieser Technik, weil die Philips Hue und die Sonos-Geschichte und die Shelly-Geschichte, das sind alles super coole Sachen, aber es ist nur 98 Prozent stabil und ich muss ab und zu dann doch mal irgendwo da die Batterie auswechseln oder dann lernt sich das Gerät aus oder dann schaltet es plötzlich nicht mehr und dann gehen sieben von acht Philips Hue Lampen und dann gehen plötzlich aus und die eine wird nicht mitgenommen. Also das höre ich immer wieder, dass die Technik eigentlich sehr cool ist, aber es ist nicht völlig wartungsfrei. Es ist kein No-Brainer im Sinne von, ich richte das einmal ein und dann läuft es zehn Jahre. Genau. Es sind ein paar verschiedene Aspekte, die man da betrachten muss. Einmal ist diese Wartungsthematik, dann Zuverlässigkeit, Preis, was immer ein Punkt ist, ist auch Interoperabilität. Das heißt, ich habe eine App, die das Licht super gut bedient, aber ich habe keine Möglichkeit, da auch noch meine Musiksteuerung mit reinzubringen oder die Vorhänge oder das Dachfenster mit dem Regensensor und dem Rollo. Das sind dann halt einzelne Apps und ich habe kaum eine Möglichkeit, das über die einfach zu bedienenden Apps zu verknüpfen. Ich kann es verknüpfen, dann muss ich aber tief reinsteigen und mir einen Home Assistant irgendwie aufsetzen und aus verschiedenen Repositories Sachen zusammen kopieren und dann ein bisschen Code noch anpassen und schauen, welcher Treiber mit was und wie kriege ich das. Du hast noch eine Dimension gerade aufgemacht, du hast die Gesamtkomplexität jetzt noch aufgemacht, weil du sagst, ich habe verschiedene Technikbausteinchen und um die zusammenzubringen, brauche ich irgendwie noch eine Raspberry und noch eine Logikschicht oben drüber oder irgendwie einen Gateway und am Ende habe ich sehr viele Hops, um die Signale von A nach B zu bringen. Also die Gesamtkomplexität der Systeme wird halt irgendwann hoch, weil ich viele Dinge zusammenstecke. Ja, dann ist es so, dass es noch rein von der Menge her auch eine Endlichkeit gibt. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht vor fünf Jahren auf Philips Hue gesetzt habe, um meine Lichtsteuerung zu machen und hatte das erstmal im Wohnzimmer, um mir dann eine schöne Stimmung zu machen, dann habe ich irgendwann zwischendrin die Küche renoviert, dann habe ich in der Küche auch farbveränderliche Leuchten, dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich ganz witzig, dann machen wir das ins Kinderzimmer, ins Arbeitszimmer auch noch so, dann irgendwann kommt das Gästezimmer noch dazu und dann heißt es auf einmal, ja, die App ist voll. Ich habe die maximale Anzahl an Philips Hue Teilnehmern erreicht, Endegelände. Und die Gartenleuchten, also jetzt muss ich mich halt entscheiden, kann ich im Gästezimmer gemütliches Licht machen oder will ich meine Gartenlandschaft noch steuern, da ist irgendwann Ende. Dann muss ich mir überlegen, mache ich vielleicht noch eine zweite Welt auf und dann fällt der ganze Kram zusammen. Also das ist... Naja, oder ich habe halt die Philips Hue Lampe und irgendwann gehe ich zum Ikea und kaufe da auch noch irgendeine coole Lösung, die dann natürlich irgendwie kompatibel ist mit dem Zeug, aber nicht so 102%, sondern nur 98%, weil es eigentlich das gleiche Funkprotokoll ist, aber es ist halt von einem anderen Hersteller. Genau. Und dann fange ich ja schon an, Sachen zusammenzuwürfeln und dann habe ich noch die, keine Ahnung, Lidl, die Lidl, wie heißt das Zeug, Homekit-Lösung, die es da mal gab irgendwie, weil ich da auch noch eine Funksteckdose habe und dann bastle ich das alles zusammen und mische dann plötzlich sehr viel unterschiedliche Technologien zu meinem Gesamtkonstrukt zusammen, was halt dann historisch gewachsen ein großes Sammelsurium ist. Aber lass uns nochmal vorne anfangen, du hast gesagt, Wartungsfähigkeit. Das Thema habe ich ja immer dann, wenn ich irgendwie Funkprodukte habe, die eine Batterie haben, die halt dann irgendwann mal leer ist und dann muss ich da halt, kriege ich vielleicht irgendwann mal den Füllstand, der Batterie zurückmeldet und dann muss ich da von dem Türkontakt irgendwie diese Batterie wieder austauschen. Ich muss also eine gewisse Erhaltungsenergie da reinstecken, damit das System weiterläuft. Das ist ein Aspekt der Wartung. Der andere Aspekt ist der, dass auch sich die Sachen ja weiterentwickeln. Das heißt, irgendwann habe ich dann vielleicht das neue Produkt gekauft zu der gleichen Serie, aber das ist dann das 2.0 irgendwas und dann ist da eine Funktion drin und die funktioniert vielleicht nicht 100% mehr mit den alten. Dann gibt es alt und neu, dann muss ich mich entscheiden, will ich jetzt in die neue Welt gehen. Also es ist vielschichtig. Es ist vielschichtig und es ist halt als Hobby auf jeden Fall super spannend und interessant und da kann ich mich austoben. Wenn das eine Zusatzschicht irgendwie ist. Ja, stopp, stopp. Es kommt ja noch ein Aspekt dazu. Die Technologie entwickelt sich weiter, aber sie wird auch geupdatet dadurch. Das heißt, mein System, was ich eigentlich starr erstmal irgendwo hinstelle und davon ausgehe, es bleibt die nächsten fünf Jahre so, bleibt ja nicht so, weil meine App sich aktualisiert, weil das Gateway irgendwie mal ein Firmware-Update braucht, weil es irgendwelche Auto-Updates gibt in dem, keine Ahnung, in der Sonos Bridge. So, und jedes Update führt natürlich erstmal zu der Gefahr, dass irgendeine Schnittstelle hinten raus dann bricht. Also allein durch das Update, weil plötzlich irgendwas nicht mehr mit irgendwem so kompatibel ist, wie es mal war oder halt ich es neu verknüpfen muss oder Zusatzprotokolle dazukommen oder, oder, oder. Also es ist ja kein starres System, was ich hinstelle, stehen lasse, nicht mehr anfasse und es einfach stabil läuft, weil es per Definition sich weiterentwickeln muss. Es muss sich weiterentwickeln, natürlich, der Hersteller hat ja auch Interesse daran, dass es sich weiterentwickelt und dass er halt auch, der muss ja auch mitgehen, der hat ja auch einen Druck mit den Funktionen der Konkurrenzprodukte mitzugehen. Was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt natürlich auch noch den Fall, dass Firmen einfach entscheiden, eine Produktlinie einzustampfen oder die ganze Firma geht bei der Gigaset und dann haben die Leute irgendwelche Geräte da und die haben früher deswegen ganz gut funktioniert, weil sie immer nach Hause mit dem Server gesprochen haben und irgendwann sagt jemand, jetzt ziehen wir aber den Stecker aus dem Server raus, weil es für uns kein lukratives Geschäftsfeld mehr ist. Dann sind die Sachen Elektroschrott und das ist halt, also was ich eben sagen wollte, das ist ein spannendes, interessantes Feld als Hobby, wenn du das auf eine funktionierende Basisinfrastruktur aufsetzt. Also das heißt, wenn mir jetzt meine Gigaset-Funksteckdose, wenn die jetzt nicht mehr funktioniert, ziehe ich die raus, dann habe ich meine Stehlampe wieder reingesteckt und dann kann ich die weiter benutzen. Da bin ich ja nicht auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass diese Consumer-Elektronik funktioniert, weil ich immer noch einen Plan B habe und die Philips Hue-Leuchte kann ich in der Standard-Lichtfarbe, kann ich auch so nochmal irgendwie zum Leuchten bringen, auch wenn die App gerade abgestürzt ist oder ich ein Problem mit meinem WLAN habe. Wenn wir aber antreten, dann, also die Technik, die wir verbauen, die ist die Infrastruktur im Gebäude und deswegen gibt es dann einen ganz anderen Anspruch an Verfügbarkeit und an... Also es ist die kritische Infrastruktur im Gebäude, damit ich dort leben kann normal, ne? Also es geht jetzt nicht darum, ich mache ein bisschen buntes Licht hinter meinem Fernseher, damit es gemütlich leuchtet, wenn ich da gerade Fußball gucke, da kann ich drauf verzichten, aber ich kann trotzdem noch fernsehen und ich kann trotzdem da noch leben und wohnen. Wenn Heizung nicht mehr funktioniert, wenn Licht nicht mehr funktioniert, wenn die Rollos nicht mehr fahren, ist es schon unangenehmer, sage ich mal. Ich kann da immer noch leben möglicherweise, kann auch im Dunkeln da noch leben und eine Kerze anmachen, das kann man auch händeln, aber es ist natürlich von der Toleranz, auch was die Familie vielleicht so mitträgt an Spielereien, natürlich auf einer ganz anderen Ebene, ne? Genau, das Hobby soll sich jeder selber aussuchen und möglichst wenige darunter leiden müssen. Ja, also natürlich ist es so, dass auch unsere Technologie, die wir einsetzen mit KNX, mit DALI und so weiter, die ist ja auch nicht 100,000 Prozent verfügbar immer und da passieren auch manchmal Sachen. Es gibt ein paar Punkte, die wirklich sehr schnell schmerzhaft ärgerlich werden, wenn sie ausfallen. Stichwort Spannungsversorgung, KNX ist weg, dann sind alle Bedienststellen in der gesamten Linie mindestens mal aus und wir hatten ja auch den Fall, dass es Firmware-Probleme gab bei einem DALI-Gateway-Hersteller und dann saß die Familie da und hatte 60 Leuchten im Haus, die nicht mehr ansteuerbar waren, die zuerst einmal alle angegangen sind mitten in der Nacht und dann konnten die Übersicherungen rein und raus, halt Gebäudeflügel ein- und ausschalten und mehr ging nicht. Und dann wurden die Kinder eben mit der Taschenlampe vom Handy ins Bett gebracht. Das ist natürlich extrem ärgerlich, also das passiert auch. Das ist auch alles nicht tausendprozentig, aber da kann natürlich der Elektriker rausfahren, tauscht das Gateway, wir drücken einmal aus der Ferne auf den Programmierknopf und dann läuft die Geschichte wieder. Naja, und das Systemdesign ist ja schon mal ganz anders. Also dieses, ich habe eine App oder ein System oder ein Gateway oder ein Server oder irgendwas und das Ding muss ich fortwährend aktualisieren, weil ich halt irgendwie ein iOS-Update machen muss und meine Oberfläche muss mit aktualisiert werden oder ich habe eine neue Produktgeneration, die dann auch wieder kompatibel sein muss. Dieses Spannungsfeld habe ich ja im KNX per Definition erstmal nicht, sondern ich habe einen standardisierten Bus, der ist, ich sage mal, 30 Jahre alt und alle Produkte reden auf diesem Standardprotokoll und da muss ich keine Sicherheitsupdates machen, weil es erstmal ein in sich geschlossenes System ist, was nach außen gar keine Sicherheitsanforderungen hat, erstmal per Definition. und die Produkte, die da drin sind, können tatsächlich zehn Jahre laufen, ohne dass ich sie anfasse. Also dieses System an sich ist schon so designt, dass ich es nicht unbedingt updaten, warten, aktualisieren muss. Und das ist schon mal der Riesenvorteil, natürlich auf der anderen Seite auch ein Nachteil, weil es natürlich dadurch ein starres System ist, was sich nicht so schnell weiterentwickeln kann. Also das Spannungsfeld ist ganz klar, dass wir dem Kunden kein System anbieten wollen, was fünf Jahre alte Funktionen hat, also beziehungsweise was die letzten fünf Jahre der Entwicklung nicht mitgemacht hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Infrastruktur im Gebäude eigentlich ja eher, also da denke ich eher an zehn, zwanzig Jahre, die das Zeug funktionieren sollte, die kann natürlich nicht jeder Mode hinterher springen, dass jedes Jahr anders läuft. Also da haben wir eben ja genau die Aufgabe zu schauen, dass wir zuverlässige Technologie drin haben, die auch stabil funktioniert und dann eben möglicherweise angenehme Bedienkonzepte obendrauf setzen. Genau, man muss das halt trennen. Also das ist eine ganz wichtige Trennung in dieser Technologie, dass ich einerseits die, ich sage mal, die Aktorik habe, also alles, was Befehle ausführt und dieser Teil des Systems darf ruhig starr sein. Das heißt, auch in fünf Jahren und auch in zehn Jahren ist unabhängig von meinem Endgerät das Relais sozusagen, was am Ende den Strom irgendwo ein- und ausschaltet, kann immer noch das Gleiche sein und kann auch immer noch mit dem gleichen alten Protokoll unterwegs sein. Du hast ja gerade gesagt, natürlich will ich als Benutzer nicht fünf Jahre alte Apps benutzen, weil die auf meinem iOS 25 dann gar nicht mehr funktionieren. Also natürlich haben wir auch im KNX die Notwendigkeit, dass es irgendwie einen Server gibt, der geupdatet wird, der eine aktuelle Software hat, die mit modernen Endgeräten funktionieren. Das ist ja nicht ganz weg das Thema, aber man hat halt zwei Schichten, die getrennt voneinander zu betrachten sind. Also wir haben die ausführende Aktuatorik im Gebäude und die ist halt, ich sage mal, bulletproof und sehr robust und sehr doof sozusagen mit sehr einfachen Protokollen und das Zeug funktioniert halt. So, jetzt kannst du den Bogen gleich wieder spannen zu dem, was du vorhin anteasern wolltest, dass man da was oben drauf stacken kann quasi. Also ich habe meine sichere Basis, das ist erstmal das, was das Gebäude ausführen kann. Also mein Rollos fahren rauf und runter, mein Licht wird an- und ausgeschaltet. So, und das machen wir mit robuster Technologie. Und dann kann ich mir überlegen, so, was packe ich denn für eine Schicht oben drauf? So, und zu dieser robusten Technologie gehört auch erstmal, dass der Lichtschalter auch robust funktioniert, weil er auch hardwired mit diesem Steinzeitbus sozusagen verbunden ist. Und egal, was ausfällt an Zusatzservergeschichten oder Raspberry Pis, die ich noch dazu vielleicht habe, die Basis bleibt halt erstmal stabil stehen. Auch wenn ich meinetwegen Netzwerkstecker rausziehe, dann ist trotzdem noch das Gebäude bedienbar. Und das ist erstmal das, was wir ja auch, ich sage mal, verkaufen und auch umsetzen wollen. Genau, das ist unser Ziel. Und deswegen haben wir natürlich da auch einen bisschen anderen Anspruch. Und deswegen kommen wir da auch ganz schnell in andere Kostendimensionen auch, weil wir es ja sozusagen doppelt bauen. Also wir bauen es ja einmal in Wasserdicht unten solide auf und setzen dann nochmal die Bedienschicht oben drauf. Und das ist natürlich aufwendiger, als wenn ich als Hersteller von einer Funksteckdose eine App ausrolle und dann für 10 Euro eine Einstecksteckdose vertreiben kann. Da steckt ja viel weniger dahinter. Und das ist dann eben der große Schock. Warum ist das bei euch alles so teuer im Vergleich, wenn ich halt nur die oberflächliche Funktion, ich habe eine App, ich drücke in der App auf eine Bedienfläche und dann passiert irgendwas, wenn ich das hinten dran sehe. Also das ist einfach, vom Prinzip her steckt da eben was ganz anderes hinten dran. Das rechtfertigt aber nicht, dass die, ich sage mal, Consumer-Apps, sei es jetzt Philips Hue oder Sonos, im Prinzip extrem benutzerfreundlich sind und einen sehr großen Funktionsumfang haben, den wir im KNX gar nicht so leicht nachgebildet kriegen, sage ich mal. Das stimmt. Also warum ist denn das, was die an Funktechnik, klar, hat halt per Definition, per Funk habe ich halt gewisse Nachteile, aber warum sind die denn so viel besser als das, was der KNX-Bus am Ende an Möglichkeitsraum, an Usability und so weiter mir gibt? Das ist eine interessante Frage. Da bin ich natürlich auch, ich bin ja auch Opfer dieser Tatsache. Also ich bin ja jetzt nicht der Produktverantwortliche für die App-Entwicklung von den Herstellern der KNX-kompatiblen Bedienensysteme. Mit denen müsste man mal ein ernstes Wörtchen reden, weil die natürlich, also mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist, dass die nur untereinander in Konkurrenz treten. Das heißt, es kommt von dem einen KNX-Player, die schauen nur an, sind wir ähnlich gut, nicht viel schlechter, möglicherweise ein kleines bisschen besser als unser direkter Konkurrent. Die schauen sich aber nicht an, wie gut ist denn Spotify zu bedienen, wie schnell kann ich denn in der iOS-Oberfläche eine Einstellung machen. Und da fällt die Usability halt komplett hinten runter. Die anderen Apps, die als App auftreten, die sind ja in direkter Konkurrenz. Also wenn die App, die ich benutze, um Musik zu hören, so umständlich ist, dass ich jedes Mal irgendwie vier Klicks brauche und dann doch nicht dort rauskomme, wo ich rauskommen wollte. Und die Konkurrenz-App kann das ein bisschen besser, dann wechsle ich halt einfach. Und ich glaube, dass da eigentlich unsere Branche noch so ein bisschen zu statisch ist, weil die gedacht haben, ja, die Leute kaufen jetzt halt von Hersteller X und dann haben die das mal 20 Jahre und dann müssen wir so lange, müssen wir da nicht mehr drauf gucken. Also da sind die Vertriebskonzepte und die Kundennähe, die war da eigentlich nie so gefordert. Also wenn du dich einmal entschieden hast, ich mache den Lichtschalter von der Firma so und so, dann war das halt so. Also ich gehe jetzt bewusst auf Lichtschalter, weil das ja genau die klassischen Player sind, die über die KNX-Standards von, ich schalte Licht ein aus, jetzt auf einmal mit Leuten zu tun haben, die hohe Anforderungen haben. An Displaygeschwindigkeit, an Usability, an allem, was so ein iPhone dir quasi als Standard plötzlich setzt. Ganz genau, die sind jetzt plötzlich in eine ganz andere Welt reingerutscht und konkurrieren eben mit Handybedienen-Logik und mit Geschwindigkeit und mit den Möglichkeiten und hängen aber irgendwie noch in ihrer, wieso, das Licht geht doch an, wenn man diesen Knopf drückt und wenn du halt jetzt sechs Seiten blättern musstest, um diesen Knopf zu drücken, was beschwerst du dich denn? Es geht doch, ja, aber es geht halt auch besser. Ich meine, es besser zu machen ist natürlich schwierig. Also ein iPhone zu bauen mit der Usability ist schwierig, weil es ja offenbar noch nicht so vielen anderen Firmen gelungen ist, auf dem Niveau das auch so abzuliefern. Also das ist aber auch gar nicht der Anspruch, sondern das iPhone gibt es ja. Der Witz ist ja, dass ich auf dem iPhone dann eine App benutzen kann, die mit der Usability von dem iPhone mir dann das Licht einschaltet. Und dieses Bindeglied schaffen aktuell eben die Hersteller von der Konsumertechnik besser als die anderen. Aber die haben es natürlich auch einfacher, weil ich kann ja als Hersteller von einer Lichtsteuerung zum Beispiel sagen, mein Funktionsumfang geht genau von hier bis hier. Und ich muss den erstmal nur für mich selbst verantworten. Und wenn es meine Kunden gut finden, dann reicht das ja. Es kann ja sogar sein, dass ich dort Funktionen beschneide, um dann besser zu sein. Der Nachteil von uns, meistens Vorteil, oft aber auch Nachteil, ist, es muss ja alles funktionieren. Also wenn ich jetzt als KNX-Player eine App rausbringe, dann nutzt es mir nichts, wenn ich genauso schöne Lichteffekte machen kann wie Philips Hue. Aber die Rollladensteuerung funktioniert nicht und ich kann mir die Lamellen nicht auf den festen Winkel einstellen von meinen RAF-Storen. Aber jetzt haben wir die großen Deutschen, die natürlich vielleicht im Vergleich zu, weiß ich nicht, Philips Hue oder Sonos und so weiter, vielleicht gar nicht so groß sind wie wir. Also in Relation sind die natürlich eher sehr klein. Deswegen ist die Entwicklungsmanpower, die da drinsteckt in der deutschen App, sage ich mal, natürlich auch viel kleiner als das, was einer der ganz großen Player machen kann. Oder das, was Apple oder Google dann machen können mit ihren Systemen, klar. Aber die könnten sich ja zumindest was abgucken. Also die könnten ja mindestens mal die Lichtsteuerung genauso gut machen, wie es die Philips Hue kann. Mit Szenensteuerung und so weiter. Also wenn die schlau wären, würden die ja da einfach mal ein bisschen genauer gucken und würden im Prinzip sich überlegen, ah, warum machen wir denn nicht den Teil, den andere gut vorgemacht haben, mal mindestens genauso gut oder ähnlich gut. Und das, wo es halt keine Jalousiesteuerung mit RAF-Storen am deutschen Markt gibt, da gibt es halt keinen, der da jetzt irgendwie besser ist. Da könnte man ja trotzdem dann versuchen, das auf deutschem Niveau zumindest mal umzusetzen. Ja, also den Appell unterstütze ich natürlich. Ich bin ja in der Szene und in der Branche jetzt auch schon lang genug unterwegs und habe schon mit vielen Leuten gesprochen. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass wir wahrscheinlich warten müssen, um es mal ein bisschen plump zu sagen, bis die Alten weggestorben sind in den Entscheideretagen, die die Technik sowieso nicht benutzen. Also es macht halt keinen Sinn, wenn irgendjemand die Verantwortung für die Unternehmenslenkung hat, der sowieso keine Apps benutzt. Also natürlich sagt er, für mich ist es wichtig, dass der Lichtschalter nach 34 Jahren noch genauso kraftvoll klackt. Und deswegen schauen wir, dass unsere Stahlfedern richtig produziert werden, damit sich das wertig anfühlt. Und das ist die gleiche Diskussion. Ich muss da immer, also auf der einen Seite schmunzle ich, auf der anderen Seite tut es mir halt auch ein bisschen weh, das ist die gleiche Diskussion wie bei Audi, wird immer noch über Spaltmaße diskutiert. Und die haben den Schuss einfach nicht gehört. Also sorry, dass ich jetzt einen Hersteller rausgepickt habe, das zählt eigentlich für alle. Und für mich ist das so ein bisschen Déjà-vu. Ich bin alt genug, um miterlebt zu haben, wie sich Nokia kaputt gelacht hat, als Apple gesagt hat, sie wollen jetzt Telefone machen. Da haben die gesagt, ha ha ha, das könnt ihr gar nicht, zack. Und wo sind sie? Ja, Staub. Oder der CEO von Microsoft hat damals gesagt, ein Telefon für 1000 Dollar oder was es war, oder für 500 Dollar hat das erste iPhone gekostet, das wird sich nie am Markt durchsetzen. Hat er gesagt, deswegen, oh, wir beobachten das, wir schauen uns das an, das interessiert uns gar nicht. Wir gucken mal, was da passiert. Genau, also das ist die, da ist History repeating. Und das ist ein bisschen schade, weil es natürlich dort auch Mitarbeiter gibt. Und das merken wir ja auch bei den Messen immer. Und auch wenn man mit den Außendienstlern in Kontakt tritt, da gibt es immer das, was die sagen, was sie in ihren Schulungsunterlagen gehört haben. Und dann wird das präsentiert, was im aktuellen Katalog ist. Und hinter der Bühne heißt dann, ja, also, na klar, haben wir die schon gesehen. Und so, wow, 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 die machen ja richtig coole Sachen, aber dafür haben wir das Budget nicht. Dafür haben wir die Entwickler nicht. Und das, also das ist natürlich auch so. Ich sage mal, Gira verdient ja sein Geld nicht mit dem Gira X1, ja, sondern das Unternehmen lebt ja von, weiß ich nicht, Spritzguss, Steckdosen, Lichtschale, sonst was, ja, von ganz anderen Themen. Und natürlich ist bei denen eine Säule, Gebäudeautomation, aber es ist halt nicht das Kerngeschäft. Was jetzt bei Luxon beispielsweise wiederum ein bisschen anders aussieht. Die ja quasi als 100 Prozent fokussiert auf dieses Thema, als Unternehmen, die da einfach genau drin sind, auch an das Gas geben, sage ich mal. Oder Basalte auch. Richtig, aber da spielt ja noch der Punkt rein, den ich eben gesagt hatte. Die können natürlich auch das Fenster, das sie bedienen, selber definieren. Und können sagen, es geht hier los und hier hört es aber auch hart auf. Weil wir wissen, das reicht für 90 Prozent unserer Kundschaft und darauf optimieren wir hin und alles andere fällt halt hinten runter. Das ist dann eben wieder der Unterschied, dass eben die KNX-Welt auch noch ein bisschen kleiner können sollte und auch noch ein bisschen größer können muss. Also Modulbaukasten von einer Lichtszene bis 20 Lichtszene, von mit Tunable White bis zu Farblicht muss ich halt alles irgendwie abgebildet kriegen in meiner Benutzeroberfläche und dadurch muss es kleinteiliger modular sein. Und dadurch wird es dann halt nicht mehr so schön bedienbar. Das ist bitter und ich verstehe das auch. Also das ist ja auch wirklich ein hartes Brot. Was mich stört schon seit Jahren ist, dass es immer noch so ist, dass die, das hängt wahrscheinlich mit dem Vertriebssystem über Elektriker zusammen oder so, damit haben wir ja wenig zu tun, weil die Leute, die zu uns kommen, sind ja genau die, die da rausgesprungen sind. Aber früher war es auf jeden Fall so, der eine Elektriker, der hat nur Jung gemacht, der andere hat nur Hager gemacht, einer nur Buschjäger und einer war einfach Gierer-Partner. So und dann musste der natürlich alles, was er in KNX umsetzt, hat er aus dem Gierer-Baukasten genommen und deswegen musste dann Gierer auch einen Jalousie-Aktor anbieten, der möglicherweise besser war oder schlechter war als der von einem anderen, vom Kollegen. Also da würde ich mir eigentlich wünschen, dass jeder bei seinen Leisten bleibt und das macht, was er am besten kann. Und dann, dass man eben dann zurückspringen kann auf diesen gemeinsamen Nenner KNX und man mischt sich das. Also das, was wir gerade machen, das Rosinenpicken, das kostet die Hersteller ja unglaublich viel Kraft, dass jeder denkt, er muss auch noch einen DEM-Aktor. Rademacher eine App baut und Velux hat eine eigene App und Somphi hat eine eigene App, aber keiner setzt auf einen gemeinsamen Standard und jeder verbrennt im Prinzip Entwicklungsressourcen für seine eigene Insellösungen, die unterm Strich aber natürlich nur so ein Bruchteil so gut sein kann, wie das, was einer von den Großen entwickelt. Also die täten sich viel besser daran, wenn die sagen, okay, wir erkennen, wir setzen auf Meta, auf Thread, wir setzen auf HomeKit und bauen unsere Technologie da drunter und schöpfen quasi den Synergieeffekt aus, den es sowieso gibt. Aber das ist natürlich eine betriebswirtschaftliche Frage auch, ne? Ja, aber dieser, ich denke, dass man auf lange Sicht mit diesem Login-Gedanken sich keinen Gefallen tut. Also dieses, wenn du Buschjäger-Kunde bist, dann sollst du bitte alles aus Buschjäger machen. Ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, ich halte es nur nicht für den sinnvollsten Weg für alle. Von außen betrachtet, für das einzelne Unternehmen ist es natürlich, versucht jeder, seine Optimierungsspiel zu spielen, aber klar, für den Endanwender, der von außen ja da drauf guckt erstmal oder am Ende, der dann den Baukasten der verschiedenen Technologien nutzen will, für den ist das natürlich erstmal ein Nachteil. Ja. Okay, aber wir sind ja abgekommen vom Thema, also wir haben eigentlich Konsumertechnik und diese Konsumertechnik ist schon ziemlich gut, was es da draußen gibt. Und dann kommt jemand zu uns und sagt, also, liebe Casario-Jungs, ich habe hier eine Sonos-Box und ich habe eine Philips Hue-Lampe. Jetzt möchte ich meinen Neubau machen und ich habe gelernt, Funk ist okay, aber einmal im Monat muss ich bei der Sonos-Box den Stecker aus der Steckdose ziehen, weil sie irgendwie die Verbindung zum WLAN verloren hat. So, könnt ihr das eine Stufe robuster machen und könnt ihr es eine Stufe besser machen? Das ist ja erstmal so die Erwartungshaltung, mit der jemand zu uns kommt, logischerweise. Ja. Und wir müssen das leider relativieren und können sagen, okay, wir können es eine Stufe stabiler machen, robust, das ist nicht das Problem, weil der KNX-Bus eine saubere technologische Basis darstellt, aber es eine Stufe cooler zu machen, ist tatsächlich ja dann die Challenge in dem Spiel. Es muss halt eben auf dem Tisch liegen, was ist die Zielsetzung. Wenn ich sage, ich möchte eine Oberbegleitung kaufen, die soll die nächsten zehn Jahre die Form halten, die Farbe halten und nicht aus der Mode kommen, dann habe ich ein schlichtes schwarzes T-Shirt an, das kann ich in einer ultrahohen Qualität produzieren, dann kostet das vielleicht 100 Euro und dann kann ich das zehn Jahre anziehen und es sieht immer noch in Ordnung aus. Wenn ich aber die neueste Mode mitmachen will und will mir das jedes Jahr neu kaufen und bin auch bereit dafür Geld auszugeben, werde ich aber nicht jedes Jahr 100 Euro für dieses T-Shirt ausgeben wollen. Da muss man halt jetzt herausfinden, wer steht wo, was ist die Zielsetzung. Und will ich jedes Jahr ein neues T-Shirt anprobieren, weil ich es dann auch ausprobieren muss, ob es mir gefällt und ob es mir steht und so weiter, das hängen ja noch mehr Sachen dran. Ja, jetzt unterhalten wir uns ja als zwei Männer. Es gibt ja dann noch die andere Version, dass natürlich ist das ja auch ein Genuss, draußen rumzulaufen und sich anzuschauen, was gibt es denn diese Saison Neues und was gibt es denn auf dem... Ja, die Modelleisenbahn lebt auch davon, dass man sie immer wieder mal erweitert und mal noch ein Gleis dazu baut oder noch ein Bäumchen irgendwo hinstellt. Genau, das muss halt eben klar sein, was ist denn die Zielsetzung. Also will ich jetzt mir hier die neueste Technologie reinsetzen und nächstes Jahr klingel ich nochmal bei Casario, was ist denn jetzt die neueste Technologie, können wir da nochmal eins draufkippen. Ist ja eine andere Zielsetzung als, ich baue jetzt das Haus, in dem meine Kinder groß werden, dass die vielleicht nachher übernehmen und da soll was Solides drin sein, was in der Zukunft auch noch funktioniert. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber das Licht sollte irgendwie ein- und ausgeschaltet werden können, auch wenn es vielleicht nicht mehr das Mobiltelefon von Apple ist oder mit einem Android-Betriebssystem. Wissen wir nicht, wir wollen aber irgendwie gerüstet sein. Und da gibt es einfach komplett unterschiedliche Wege, die man gehen kann und Nuancen. Und wir sind ja eigentlich Spezialist für eine Kategorie des Weges. Das ist ja nicht für jeden die beste Möglichkeit und es ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, das so zu machen. Aber aus dem Premium-Anspruch, den wir ja haben, wir wollen es ja möglichst gut umsetzen, resultiert ja auch, dass man mindestens mal das Level an Benutzerfreundlichkeit irgendwie erreichen will, was ich vorher schon hatte. Also das habe ich ja an der Stelle einen starken Rückschritt. Also zu sagen, ich habe zwar sehr robuste Technologie jetzt in meinem Neubau und die funktioniert drei Prozent stabiler als das, was ich vorher hatte, aber dafür ist es halt, Grütze zu bedienen. Das kann ja irgendwie nicht die Lösung sein für die Kunden oder kann ja nicht zufriedenstellend sein. Also wenn ich schon Faktor zehn an Geld ausgebe, um quasi mit moderner Technologie zu bauen, dann will ich ja auch wenigstens auf dem gleichen Level, dass es irgendwie sich anfühlt am Ende des Tages. Ja, du sagst das so, als wäre ich da anderer Meinung. Das ist ja... Nein, nein, aber das ist erstmal das, was die Kunden uns ja feedbacken oder mit welcher Erwartung sie erstmal zu uns kommen. Also konkretes Beispiel, du hast ja letzte Woche da diesen Fall gehabt, wo du gesagt hast, okay, da kommt jemand mit K-Key um die Ecke. Richtig. Also kommt jemand, kennt das aus seinem Auto, ich kann hier schlüssellos meinen BMW an meinen Freund ausleihen und der darf nicht mit 300 PS, sondern mit 280 durch die Gegend fahren oder ist gedeckelt auf 120 kmh oder irgendwas. Genau. Diese Technologie ist ausgerollt, das kennen die Kunden. Ja. Und natürlich sagen die, was gibt es denn für Zugangskontrollmöglichkeiten zu meinem neuen Zuhause? Kann ich das da so ähnlich haben? Ja, genau. Also das ist ein interessanter Fall, beziehungsweise auch, also das ist eigentlich, daran kann man das schön ausrollen. Also die Funktion erstmal ist ja, dass es in der Apple-Welt eine Möglichkeit gibt, sich mit seinem Fahrzeug zu verbinden und dann eben das Endgerät, Apple, Handy oder auch die Apple Watch zu benutzen, um sich bei dem Fahrzeug eben als Benutzer zu authentifizieren und das Fahrzeug auch zu starten. Das heißt, wenn ich das angelernt habe, reicht es, wenn ich meine Apple Watch an die richtige Stelle vom Auto halte und dann kann ich den Startknopf drücken und das Auto fährt los. Also öffnen, starten, losfahren, ausleihen. Das sind ja ziemlich viele coole Features, die ich da machen kann. Ja, vor allen Dingen dieses Ausleihen. Also und das Ausleihen geht auch über die Ferne. Das heißt, ich kann jemandem ein iMessage schicken mit dem Code und dann darf der an dem Tag, kann der, wenn ich ihm sage, wo das Auto steht, kann er da hingehen und kann das entsperren und kann das mitnehmen. Das sind natürlich coole Features und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dann denkt man natürlich, ja, für mein Haus wäre das auch schön. Okay, jetzt muss man als Nutzer aber auch verstehen, was steckt denn technologisch dahinter? Also es gibt ein Riesenkonsortium, was sich zusammengesetzt hat und hat gesagt, wir wollen irgendwie einen Standard schaffen, dass die verschiedenen Automobilhersteller interoperabel irgendwie mit dem gleichen Verwaltungsmanagement-System irgendwie erstmal sich auf den Standard einigen. Das ist ja schon mal eine große Hürde. Das wäre ja so, als würden sich alle Klingelanbieter in Deutschland übertragen im KNX erstmal darauf einigen, dass sie die gleiche Sprache sprechen oder die gleiche App bedienen oder die gleiche Technologie nutzen. Ich glaube, in dem Bild ist es dann eher so, dass man sich mal irgendwann darauf geeinigt hat, wie ein Schließzylinder aussieht in einer Haustür, weil die sind ja auch genormt. Also da kann ich mir auch unterschiedlichste Technologien reinbauen und habe dann eben die Sicherheitsstufe oder die Funktion von dem Schloss, was ich mir in diese genormte Öffnung meiner Tür da eben einbauen kann. Ob das dann elektronisch noch verriegelt ist, ob ich da 13 Querbolzen habe für meinen mechanischen Schlüssel, ob das ein Schlüssel ist, den mir keiner nachmachen kann oder darf, das ist dann halt ja, setzt dann nochmal oben drauf. Der Vorteil ist aber ja, also der Unterschied ist, dass das für BMW relativ einfach ist. Das ist ein Auto, das hat eine Funktion und die kann ich dann irgendwie weitergeben. Also das ist ein überschaubarerer Möglichkeitsraum, der da zu verwalten ist. Das ist richtig, die bauen das komplette Auto, aber sie setzen trotzdem auf den Standard CarPlay. Also alle Autosteller haben sich darauf committet, zu sagen, wir setzen auf den gleichen Standard. So, das ist natürlich schon mal nicht trivial umzusetzen. Also Schließzylinder ist richtig. Ich habe ja mal in der Automobilindustrie gearbeitet und war es auch in diesen ISO-Gremien. Und der eine hätte halt gerne dieses neue Icon als Warnschild an der Fensterscheibe, dass es, keine Ahnung, Alarm gesichert ist und der andere sagt, nur mir gefällt es nicht. Ich will das anders haben, ich will nicht, dass das schwarz ist, ich will, dass das rote ist, ich will, dass das kleiner ist. Ich habe andere Interessen. Also es geht ja oft um unterschiedliche Interessen einfach in diesem Spielfeld. Da finde ich es schon mal erstaunlich, dass sich ein Standard durchgesetzt hat, offenbar. Also dass es offenbar gelungen ist, dass, ich sage mal, irgendwann mein Tesla und mein BMW mit der gleichen Apple-Funktionalität gestartet und geöffnet werden können. Das ist ja schon mal eine sehr große Hürde, die da genommen wurde. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei so vielen anderen Firmen, also wie viele Firmen das tatsächlich umgesetzt haben. Also dass ich mit dieser Apple-Car-Key-Funktion mein Fahrzeug auch entgegen kann. Aber es ist erstmal ein Standard, den Apple ins Leben gerufen hat und wo BMW jetzt als Beispiel diesen nutzt, sage ich mal. BMW hat ja nicht diesen Standard gebaut, sondern sie nutzen ja diese Technologie, die eine Stufe höher, sage ich mal, ins Leben gerufen worden ist. Ich glaube, die haben das sogar zusammen gemacht. Kann ja sein. Was auch immer hinten dran passiert ist, weiß ja keiner. Und diese Normierung hinzukriegen ist schon mal schwierig. So, und jetzt ist ja die Frage, wer hat denn überhaupt Interesse daran, bezogen auf so ein Klingelthema, das umzusetzen in Deutschland? Also wie groß denn das Interesse von Gira, dass sie die, keine Ahnung, Schüko-Klingel- oder Siedleranlage mit der gleichen App bedient werden kann? Ja, oder wie groß ist das Interesse eben von dem Hersteller der Haustür zum Beispiel anzubieten, dass ich das über eine Apple-Telefon-Funktion machen kann? Und da ist dann, das ist ja dasselbe Spannungsfeld. Keiner kann sich darauf verlassen, dass Apple in ein paar Jahren das immer noch unterstützt. Und die Nutzungsdauer von Fahrzeugen ist ja deutlich, auf jeden Fall aktuell, ist immer noch deutlich unter der Nutzungsdauer von einem Eigenheim oder einer Haustür. Und deswegen gibt es da halt auch unterschiedliche Ansätze. Die Frage ist natürlich, wie viel ist diese BMW, kann mit Apple aufgesperrt werden, Funktion in sechs Jahren noch wert von diesem Fahrzeug? Ist das möglicherweise die Krücke, dass man es nicht mehr gebraucht verkaufen kann? Oder braucht man dann irgendeinen Hacker, der die Autos wieder benutzbar macht für den Aftermarket? Es ist ja nicht ein oder, es ist ja ein und. Also es ist erstmal eine Zusatzmöglichkeit. Das heißt, selbst wenn das wegfällt, kann ich immer noch mit meinen normalen, keine Ahnung, Bluetooth-Verbindungen zum Auto und so weiter, das fällt ja nicht weg. Sondern das ist ja nur eine Zusatzschicht, die Sie, oder ein Zusatzfeature, was Sie freigeschaltet haben. Ja. Also ich kann ja trotzdem noch mit der proprietären BMW-App, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, trotzdem immer noch mein Auto öffnen. Oder orten oder keine Ahnung was machen. Also den Teil geben Sie ja nicht aus der Hand. Und wir sind aber vom Thema abgekommen, denn wir wollten ja... Wir wollten sagen, dass das halt eigentlich schon schön wäre. Es ist aber aus verschiedenen Interessenslagen heraus, ist es halt eben unterschiedlich interessant für die Mitspieler, auf so einen Zug draufzuspringen oder eben nicht. Also das ist erstmal die Erwartungshaltung, die ich habe als Kunde. Ich habe so eine Technologie kennengelernt und ich will das dann, weil es nicht nur das Apple Car Key gibt, sondern jetzt gibt es auch das Apple Home Key, auch in meinem Einfamilienhäuschen haben. So, das ist erstmal die Anforderung, mit der die Kunden ja auf uns zukommen. Ja. Verständlicherweise, muss man wieder sagen. So, und wir haben ja jetzt die Integrationsaufgabe zu gucken, so wer kann denn überhaupt schon Home Key und Stand 2024 ist die Liste nicht besonders lang. Es gibt nämlich im Moment gar keinen, der es kann am deutschen Markt. Ja, die Liste ist nicht besonders lang. Da ist es aber halt auch, also verständlicherweise so, dass zum Beispiel die Hersteller von Schließsystemen für qualitativ hochwertige Haustüren in Deutschland, die haben ein bisschen längere Umlaufzeiten für die Produkte und für Neuentwicklungen, als jemand, der eben ein Nachrüsttürschloss zum Beispiel herstellt. Der macht ja nur das. Also der hat ein Entwicklerteam und die müssen das dann irgendwie so bauen, dass man es in den Schließzylinder reinsteckt und die haben die komplette Kette in ihrer Hand. Das ist ein fertiges Produkt, das nehme ich aus der Box raus und wenn das diese Apple-Kompatibilität hat, dann geht das sofort. Das ist eine andere Branche eigentlich, als die Branche, aus deren Baukasten wir uns gerne bedienen, wenn wir sagen, wir bauen solide Basisinfrastruktur erstmal in das Gebäude rein. Das ist eine Mindset-Frage. Also jetzt könnte ja jemand kommen wie Winkhaus, die viele, viele Türen bauen und können sagen, wir erkennen, das ist ein cooles Feature, was Apple da gebaut hat. Ich brauche technologisch in meiner Haustür, da irgendwie im Außenbereich, damit ich mein Telefon davor halten kann, eine NFC-Lese-Einheit irgendwie. Und dann könnten wir als Haustür-Anbieter plötzlich dieses Feature anbieten. Ja, los, los, alle, mal aufwachen bitte. Genau, das ist eine Macht. Was die Realität aber ist, es hat noch keiner in Deutschland Homekey gehört, wir haben ja auch mit einigen schon gesprochen und auch von den Zugangskontrolllösungen, die wir ja einsetzen, haben die auch alle gesagt, Homekey, ja was ist das denn? Ja, so ist aber 2023 schon zertifiziert und auf dem Markt und in den USA gibt es schon Produkte, die das unterstützen. Ja, aber auch in dem Nachrüstmarkt. Also man kann in Deutschland ja auch ein Nuki kaufen und das kann das, glaube ich, auch dann schon. Ja, also ich brauche ja eine Außenleseeinheit, deswegen kann das Nuki das noch nicht, aber es gibt zwei, drei Schlösser, die das können. Ja, also Homekey können viele, das haben so ein paar verstanden, aber auch da ist ja der deutsche Markt schwerfällig. Ja, was eine Hürde möglicherweise ist, also auf jeden Fall habe ich mir das so zusammengereimt, die Zutrittskontrolllösungen aus dem professionelleren Bereich, da sind wir ja mit unseren Standardkunden oder mit unserem Prototyp von Kunden sind wir ja an der absolut untersten Grenze. Das heißt, diese Zutrittskontrolllösungen, die wir verbauen, die sind eigentlich eher dafür gedacht, ich habe ein Bürogebäude und da gibt es 1200 Leute, die da möglicherweise irgendwann aus irgendwelchen Gründen rein dürfen. Das eine ist der Chef, der darf immer rein, das andere ist die Putzfrau, die darf nur von dann bis dann rein. Also am Rande nicht von der Technologie und von der Größe, sondern von der Zielgruppe. Genau, am Rande der Zielgruppe und dort ist es natürlich so, dass es extrem wichtig ist, aus Haftungsgründen und so weiter, dass eben ganz genau klar ist, wer hat wann wozu einen Zugang. Und wenn ich das jetzt so mache, dass wenn einer einen Zugang hat, dass er per iMessage seinem Kumpel sagen kann, geh doch mal zu mir ins Büro und dann geht dann diese Tür auf, das ist ein absolutes No-Go. Das heißt, dass genau diese Verwaltung von Rechten ja eben nicht herausgegeben werden darf und das muss halt sogar aktiv verhindert werden mit verschiedenen Technologien, dass man eben den Schlüssel teilt. Also das ist ja ein komplett gegensätzlicher Ansatz und klar soll keiner ins Fraunhofer-Institut reinlatschen, nur weil er gerade per iMessage den Schlüssel gekriegt hat von seinem Buddy, logisch. Richtig, also das ist halt eine ganz andere Zielsetzung. Das heißt, dass eigentlich die Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, wo man jetzt, wenn man den Katalog betrachtet, sagt, ja wieso, ihr habt doch eine Netzwerkanbindung, ihr seid doch schon verknüpft, ihr habt doch schon Leser, die unterschiedliche AFRD-Frequenzen lesen können, da ist es doch nur noch ein minimaler Schritt. Die haben eine ganz andere... Also teilt, teilt, das trifft jetzt zum Beispiel für 2N zu, weil die natürlich ganz klar aus diesem Gewerbeumfeld kommen und auch deren Klingelanlagenlösungen eher so auf diese Concierge, ich habe einen Fördnerlösung und so weiter und ich will draußen sehen, wer da innen an Empfang sitzt, draußen das Bild sehen auf der anderen Seite und so weiter. Das ist ja nicht so die klassische Privathauslösung, sondern das ist ja Gewerbeanwendung. Aber ich sage mal jemand wie iKey zum Beispiel, die ja ganz klar sich in dem Privathausmarkt, Haustürenlösungen positioniert haben, die müssten ja eigentlich die Ersten sein, die sofort ganz vorne dran stehen und sagen, so, klar haben wir das schon implementiert und sind schon im Beta-Testprogramm und keine Ahnung was. Ja, vor allen Dingen, weil die ja ein Gerät draußen hängen haben. Also die Frage ist, springen die jetzt gerade, wenn sie den Podcast sehen, auf und sagen, Mensch, sind wir doof? Oder sagen die, verdammt, warum haben die das jetzt ausgeplaudert und jetzt vielleicht springt die Konkurrenz auch auf den? Das ist ja auch eine Frage, wie groß ist der Schmerz vom Hersteller? Also wenn die sagen, wir haben unsere eigene Web-Oberfläche und wir haben unsere eigene Bluetooth-Lösung und wir haben eine eigene Verwaltungsschicht gebaut und da kann man auch schon so ähnliche Sachen machen, dann ist natürlich die Notwendigkeit möglicherweise gar nicht so groß zu sagen, ich muss jetzt da auf diesen Trend aufspringen, sage ich jetzt mal. Mit allen Abhängigkeiten, die es ja vielleicht auch mit sich bringt. Also die Nokia-Strategie. Das ist deutscher Mittelstand, so wie denkt der halt. Ja. Also deswegen sind ja auch die Nachrüsttürschlösser, die jetzt Homekey schon können, weil es kein deutsches Produkt dabei, so viel kann ich sagen. Ja. Sondern sitzen halt, naja, also in den verschiedensten Ländern gibt es so ein paar kleine Programmierbuden, sage ich mal, und die sagen, ja technologisch zu implementieren, ist das ja jetzt keine Raketenwissenschaft. Ein NFC-Leser, der halt mit dem richtigen Protokoll irgendwas ins Homekey schreibt, klar bauen wir das irgendwo. Okay, also aber nochmal zurück. Also die Erwartungshaltung unserer Kunden ist ja, dass sie mit Vorerfahrungen kommen und im Prinzip das Gleiche, was sie kennen, in ihrem zukünftigen Haus auch haben wollen. Genau, aber das, jetzt wo du gerade gesagt hast, das ist die kleine Programmierbude, die sagt, na klar können wir das. Wäre das dann für uns als Casario jetzt der Partner, auf den wir setzen, damit wir bei unseren Kunden dieses Produkt an die Wand schrauben? Nein. Also eigentlich würde ich zuerst mal sagen, hart nein. Da muss mich jemand schon sehr gut überzeugen dafür, dass wir das verbauen, weil wir eben ja noch einen anderen Anforderungskatalog haben, wie lange das laufen soll, wie weit das entwickelt sein soll, bevor wir es an den Kunden bringen. Wir wollen keine Tierversuche machen da. Genau, Tierversuch ist gut. Ist ja mein Lieblingsbeispiel, die ja vor drei, vier Jahren verkauft worden sind an einen großen Investor. Und dieser Investor hat jetzt Control4 wieder abgespalten, hat es an den nächsten großen Investor verkauft, die, ich sage mal, so etwas Ähnliches sind wie so ein Großhandel, sage ich jetzt mal. So, und das, was da so durch die Community ging, ein Aufschrei der Integratoren, die haben alle gesagt, das ist der Untergang und das ist das Ende. Aber viele Installationen sind ja da draußen mit dieser Technologie. Das ist ja das, was du gerade meintest. Können wir es uns leisten oder können wir es verantworten, bei Kunden Technologie auszurollen, die es vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr nicht mehr gibt? Also, ganz klares Nein, weil wir nicht die Spieltechnologie irgendwo im Sinne der Modelleisenbahn bauen, sondern wir bauen die robuste Infrastruktur, die den Anspruch hat, 20 Jahre im Gebäude zu bleiben und funktionieren muss. So, und das schränkt den Möglichkeitsraum natürlich wieder aus einer ganz anderen Richtung ein. Genau. Also natürlich darf da jeder Kunde auch ein bisschen rausspringen an Stellen, wo er sich angehört hat, was wir für Bedenken haben und wenn er sagt, ja klar, aber das ist so cool, ich will das trotzdem haben und dann vielleicht in zwei Jahren schmeißen wir es raus und dann wird halt das zugeputzt oder wir machen das Loch größer oder machen es anders und dann kommt halt ein anderes Gerät rein, was es dann gibt oder vielleicht lassen wir es ganz weg. Ich gehe dieses Risiko ein, weil ich dieses Spielzeug in Anführungszeichen jetzt gerne hätte. Ja, und weil es vielleicht nicht kritische Infrastruktur ist, weil ich vielleicht mein, kleine Ahnung, klassisches Code-Keypad draußen an der Tür habe und dann baue ich mein, dann, keine Ahnung, Raspberry Pi gestütztes Homekey-Bastellösungsding halt dann noch dazu. Genau. Und da können wir einen Tipp zugeben, wie man das umsetzt, aber es ist ganz klar nicht das Produkt, was wir natürlich als Integratoren dem Kunden vor die Nase setzen. Richtig. Was wir aber natürlich können, ist die Infrastruktur aufbauen, dass dann der interessierte Kunde mit seiner Home-Assistent-Lösung zum Beispiel da obendrauf aufsetzt und dann mit MQTT und was es alles gibt da draußen dann eben weitermacht und da die nächste Schicht obendrauf kippt. Das ist ja auch, da entsteht dann halt wirklich ein Mehrwert und Flexibilität. Er kann sich darauf verlassen, dass die Basis sauber läuft und wenn das steht, kann man dann eben diese Automatisierungsschicht, diese Bedienschicht oder diese Integrationsschicht eben noch drüberlegen und dann kann man eben auch nochmal andere Sachen integrieren, die jetzt keinen KNX-Stempel haben und die dann trotzdem in derselben Bedienenoberfläche sind. Aber das ist halt irgendwo der Punkt, wo wir dann aus Gründen der Wartbarkeit und so ja irgendwo dann sagen, das können wir, auf jeden Fall Stand jetzt mit unserer aktuellen Mannschaft, können wir das nicht leisten, diese Welt auch noch mit zu supporten und da müssen wir halt einfach sagen, du kannst das gerne weitermachen. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das kein Widerspruch ist. Also dass der KNX mit seinem Alter, sage ich mal, als Dinosaurier und seiner im positiven Sinne Robustheit kein Nachteil ist, wenn ich das in mein Gebäude einbaue, weil ich ja trotzdem die Chance habe, mich zu öffnen zu diesen neuen Technologien, die ich, wie du gesagt hast, obendrauf stapeln kann als zusätzliche Schicht. Das heißt, ich schaffe eine robuste Basis und das ist erstmal sehr valide und das wird auch 30 Jahre noch sinnvoll funktionieren, damit die Rollläden rauf und runter zu fahren mit einem KNX-Telegramm. Ich habe aber trotzdem die Möglichkeit, alles, was an Technologie noch kommt, zusätzlich zu nutzen als Trigger, als Automation, als Logikschicht, als Sprachsteuerung, als keine Ahnung was oben drüber. Also das ist eigentlich ein sehr großer Vorteil, dass auch da ein bisschen was passiert. Also gerade Home Assistant finde ich sehr spannend, weil es sehr aktiv vorangetrieben wird und weil da auch viel passieren wird noch und weil wir aber keine Tür zumachen. Also wir sagen, es ist ein Win-Win, die Kunden bekommen die Möglichkeit, hinten raus zu spielen und wir sind offen für alles, was kommt, weil KNX, offener Standard, zukunftsfähig in dem Sinne erstmal. Aber wir haben trotzdem die solide Basis, dass die Familie ohne diese Spielwiese trotzdem sicher in dem Haus leben kann. Und dann ist es eigentlich kein Widerspruch. Man muss sich nur dessen erstmal bewusst machen, dass es eigentlich ganz gut zusammenpasst. Und dann ist auch verschmerzbar, dass diese solide Basis ein paar Euro mehr kostet in Hardware, sage ich mal, weil es halt einfach, ich investiere quasi in Stabilität, sage ich mal. Das schon, also ich würde, ich wäre mich ein bisschen gegen das Wort verschmerzbar, weil es ist eigentlich ein Mehrwert. Also der Anspruch, den wir als Planer haben, nämlich möglichst viele Fehler zu vermeiden und möglichst wenig Einbahnstraßen und möglichst wenig Sackgassen in die Infrastruktur einzubauen, der kommt ja dann erst zum Tragen. Das heißt, wenn ich sofort aufhöre zu denken, wenn ich meine Lichtsteuerung so weit fertig habe, wie sie Stand jetzt in der Entwurfsplanung von der Immobilie gedacht ist, dann geht da auch nicht viel drüber hinaus. Wenn ich aber, so wie wir das machen, immer wieder überlege, ja, wie ist das denn, wenn die Leute alt sind? Wie ist das denn, wenn hier vier Kinder rumspringen? Wie ist das denn, wenn das, wenn das, wenn das? Also das ist, wir haben da ja einen viel breiteren Fokus und wir kratzen da an allen möglichen Ecken rum. Und wenn wir zufrieden sind mit der Infrastruktur in einem Haus, dann hat die auch automatisch viel mehr Möglichkeiten, die ich dann nachher mit meiner Zusatzsteuerung oder mit Sachen, die in der Zukunft kommen, auch noch funktionieren und die dann erst zum Tragen kommen. Also dann merke ich erst, ach Mensch, super, dass ich mit den Casario-Jungs drüber geredet habe, weil die haben ja da schon einen Leerraum reingeplant und es gibt eine Verbindung in den Garten und es gibt noch eine Verbindung aufs Dach und ich weiß auch das noch und dann kann ich das auch noch zusammenbringen. Das heißt, das ist ja eigentlich genau unser Anspruch, dass wir möglichst breit und möglichst in die Zukunft rein keine Tür zuschlagen in dieser Planung und deswegen stellen wir ja auch so viele Fragen und deswegen reden wir ja auch so viel, bis wir sagen, das ist jetzt die Lösung und so wird es jetzt gebaut, damit man eben genau diese Möglichkeiten noch hat, auch wenn wir sie jetzt vielleicht an dem Tag noch nicht freischalten. Dass wir viele Fragen stellen, ist eine gute Möglichkeit, hier kurz mal eine Werbeeinspielung einzubringen zu blenden, falls für den einen oder anderen Zuhörer dieses Thema interessant ist und ja, also falls du zuhörst und dich gerade mit deinem Neubauprojekt beschäftigst und Unterstützung brauchst, in welcher Form auch immer, aber du solltest auf jeden Fall mit dem Gedanken spielen, KNX als Lösung zu sehen, dann melde dich einfach bei uns und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch auf www.casario.de-Termin. Dann sprechen wir eine Viertelstunde über deine Anforderungen und über dein Projekt und schauen, wie wir dir weiterhelfen. Okay, also zurück. Eigentlich musst du den ganzen Text jetzt auch noch einmal in die Kamera sagen, oder? Jetzt hast du ja mir das die ganze Zeit erzählt. Wir sind ja eigentlich im Podcast-Format. Wir reden öfter eine Viertelstunde. Ich behaupte mal, dass die ganzen Zuschauer, die uns normalerweise hier zuhören, sehr viel im Auto unterwegs sind, aber der eine oder andere mag es natürlich auch auf YouTube sehen, ja. Also, ich glaube, was wir heute nicht mehr anreißen können, ist noch dieses ganze Thema so, was will ich denn als Benutzer eigentlich tun in diesem Spielfeld, weil das ist ja sehr unterschiedlich. Erstmal vom Möglichkeitsraum, das, was mir, ich sag mal, die Philips Hue App ermöglicht, oder die Sonos App ermöglicht, ist ein bisschen anders als das, was ich im KNX später kann. Also rein aus Nutzer-Sicht, wie weit kann ich das System konfigurieren? Das ist ja auch ein Spannungsfeld, was mit diesem ganzen Consumer-Thema, Prosumer und wer hat welche Rolle und welche Aufgabe und was will ich als Benutzer können, zu tun hat. Das würde ich gerne in der nächsten Folge mit dir aufrollen. Das heißt, wir haben zwar dieses Thema mal angerissen, aber sind auf jeden Fall nicht durchgekommen, weil es doch mehr Facetten hat, als wir gedacht haben. Also, als ich gedacht habe. Du vielleicht nicht. Ich kann bis heute Abend weiterreden darüber, nur um das mal ein bisschen anzuteasern. Es geht halt auch darum, dass natürlich auch Leuchtenhersteller gerade merken, dass es einen Mehrwert bietet, wenn die Leuchte mehr kann, die sich aber nicht darauf verlassen können, dass es im Haus eben zum Beispiel eine DALI-Bus-Steuerung gibt, die Farbtemperaturen und Helligkeitswerte beeinflussen kann. Das heißt, die überlegen sich inzwischen ihre eigenen Lösungen. Und da gibt es einen wunderschönen Wildwuchs am Markt, welcher Hersteller mit welcher eigenen App oder einer Gestensteuerung oder welchen Tricks auch immer, es versucht, einen Mehrwert in seine Leuchten reinzubringen. Und das stellt uns dann vor die Herausforderung, wir haben das Steuersystem, aber die Leuchte, die die Funktion hat, die wir ansteuern könnten, da kommen wir nicht dran, weil die die Hoffnung aufgegeben haben, dass es halt irgendwas gibt. Oder weil es einfach der Kundenkreis normalerweise eben keinen DALI hat. Und dann sind wir in der Zwickmühle. Wir haben die gute Steuerung, können aber die Lampe nur ein- und ausschalten und müssen dann eben Leuten sagen, ja, entweder hast du die gute Lampe mit dem guten Licht, aber wir können nur die Hälfte der Funktion nutzen. Oder du kannst sie aber mit dem Lichtschalter nur einschalten und dann die Gestensteuerung draufsetzen. Also das ist teilweise bitter und das gibt es, also da kann ich aus allen Gewerken eigentlich was vom Dachfenster, Rollo-Steuerung, Gartenbewässerung, WLAN. Es ist überall dasselbe Spiel. Also überall ist Bewegung drin und es ist ganz, ganz schwer, das auf einem professionellen Level zusammenzubringen. Also in meinem Kopf ist gerade dieses Bild aufgegangen von diesem Dreieck, wo einerseits der Kunde an einem Schenkel steht, dann steht der Planer an dem zweiten Schenkel und der Hersteller steht an der dritten Ecke des Dreieckes. So, und da können wir mal überlegen, was wir an diese Verbindungslinien dran schreiben müssen und wer in welche Richtung überhaupt welche Anforderungen und Wünsche hat und wo es klemmt. Also das ist ja genau so dieses... Die Schnittmengen sind da sehr klein aktuell und es ist eine Herausforderung. Okay, lass uns das fürs nächste Mal aufheben. Da ist noch genug Futter drin. Ich würde sagen, wir entlassen die Zuschauer mal in, was hätte ich fast gesagt, in eine kurze Pinkelpause. Fernsehwerbung gibt es ja nicht mehr. Also, wir hören uns in der nächsten Folge und dann gucken wir mal, was wir da noch auflösen können in diesem Spielfeld. Tschüss Philipp. Tschüss. Tschüss.